Die Amazing 5 fragt Pete Smeet. Welches Lied könnte der Soundtrack deines Lebens werden? Sammy Deluxe, der guteste. Das finde ich immer super schwer, irgendwie aufzudröseln, weil es ist ja nicht so ein Lied, was für alles stehen soll. Deswegen würde ich wahrscheinlich von Def Punk Harder, Better, Faster, Stronger nehmen. Das mischt zumindest möglichst viel mit ein. Also entweder Beethovens 9. Sinfonie oder Loser von Beck. Das ist auch lustig. Alter, so eine diepe Frage, man. Keine Ahnung hier. Wadda, hatte du dir da von Stefan Raab? Ich habe keine Ahnung. Hä? Welches Lied könnte der Soundtrack meines Lebens werden? Ich kenne nicht mal einen Soundtrack, der das Leben behandelt, sozusagen. Tja. Gute Frage. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Äh. Reigns of Castamere. Warum? Keine Ahnung. Reigns of Castamere. 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 Reigns of Castamere.